Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry Primal. Ich will mal kurz hier unten rein und gucken, wo der letzte Außenposten ist. Hier mal nebenbei, das hier wird auch nochmal ein Gebiet sein. Ich weiß halt nicht, hier unten ist halt noch rot und ich weiß halt gar nicht, was da kommt. Vielleicht ist da auch irgendwann einfach nur der Boss. Oder sollten wir erstmal einfach die Mission hier machen? Und wisst ihr was, wir machen die Mission. Können das Dorf zwar erweitern den einen, ja, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt sofort machen. Wir machen die Mission. Naja, ich lege ja gar nicht auf mein Freitier. So. Wir hatten echt damals die Schlossentscheidung gemacht, direkt den Säbelzahntiger zu holen. Brandig. Bei dem kann man immer noch reiten und der ist auch mega stark. Okay. Das war der Säbelzahntiger. Oh, da tun es auch die einfachen Pfeile. nery. Let's Reitier. Ich rede. Okay. Oh. 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 jetzt konnte ich ihn auch geben ups das hat er relativ einfach von der hand gehen denke ich scheiße noch geblatt fehlt mir also hätte man die sogar ignorieren können hier und abwärts ja 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 ich würde schon sagen gefühlt wurde es gibt jetzt länger und länger nach der sonne ja ein fähigkeitspunkt jetzt wollte ich bei dem dämel wollte ich sagen bei dem idioten vorbeischauen was der wieder schon wieder krankes vor hat zum glück kann man sich ja ziemlich nah hierhin porten bitte er will nicht noch mal fliegen als sich vor udam zu schützen ich komme in unser dorfmann urki ash urki udam pash urki udam malmasha udam urki karsa oh long top long top urki south weiter we malmasha na shash webel oh man Wie soll das klappen? Besondere Urki-Steine. Okay. Kommst du auch mal. Oh, jetzt bist du auch mal da. Wow. Okay. 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 Was ist das? da witzig alter warum kann ich kann ich die wieder nur so aufgeben man echt nervig ich habe ein krokodil erledigt fünfmal fahrfleisch das ist schön weg weg Und da ist der Ruki-Stein. Kein Bock da hochzulaufen. Support ich mich lieber ganz schnell. So. Und hier hoch. Oh, weil ich mich geportet habe. Oh, weil ich mich geportet habe, wurde die Mission abgebrochen. Was ist das denn? Ich habe keine Bock hatte, zurückzulaufen. Oh, okay. Oh, okay. Oh mein Gott, bleib! Gott! Das war's. so ein scheiß immerhin wusste ich wo jetzt die Sterne sind und jetzt reiten wir zurück dann bock nochmal auf das Geschiss das kostet uns einfach nur unnötig also wunderschöne Gameplay Time so unnötig so unnötig er ist es habe ich ihn getötet ich glaube er hat echt probleme da müssen wir noch hin von da oben oder von hier unten hoch glaube ich oh man oh man oh man ja 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 ganz gemütlich auf unserer reise knochenstaub ja 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 so ideal ausgenutzt über lebensfähigkeiten Was ist das? Oh, 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 oh. Was ist das? Nein! Stop! Schwappen! Dodge! Schwein! Zweig! Die mines! Wasser! Na, was kiddin? Wasser! Wasser! Not quite. Not quite. Not quite. Not quite. Yes, heal yourself. It will be the last thing that I will get in my hand. Not quite. Don't stop. That's us. We got it. Three missions. Let's go to our village. There are lots of new things. I hope. So. So. In the next. Yeah. Yeah. Da wurde er mir auf jeden Fall markiert. Ich weiß, dass ich das hier verbessern kann. Auch erweitern kann. Dann krieg ich 3000 EP erstmal. Boom. Geil mit dem Mammutkopf ey. Geil mit dem. Gwarshita. Takar. Machi. Kabalpur. Gal. Nu. Da. Harha. Oh. Oh. Okay. Hab ich gern gemacht. Bitteschön. Oh. Da gibts auch wieder was zu jagen. Komm. Es gibt wieder ne neue Jagdmission. Hoffe ich. Dannhof. Inja bal. Sant. очки. Inja. Chambchambscha. Baru. Man sieht die Omocäk��. Ich habe einen Schraub, einen Schraub. Oh, ein Abschied. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Na, vielleicht zieht man sie ja nochmal wieder. Wie denn selbst, Venja. Das ist aber Glück, dass ich alles habe. Okay, jetzt gehe ich von dem auch noch eine neue Mission. Südachorn und Südstein. Wisst ihr was? Vielleicht noch am Lager. Oh, falsche Höhle. Südachorn und Südstein. Hey, ich kann es gleich ausrüsten. Das ist doch total praktisch. So, dann kann man, wenn wir schon ein Dock bauen fehlen, also ein Haus bauen fehlen, dann kann man eben auch gleich die Endstufe geben. Oh, Rasta. Danke. So, guck ich hier eine an. Wo kann ich denn da? Zack, gleich verbessern. Real Estate Baron habe ich gekriegt. Was ist das? Öffnen wir noch. Gucken wir noch, was der zu sagen hat. Ich habe, was die eine. Was ist das? Wo ist das? Was ist das? Ich habe, was die, als wir uns des Bliebeschen. Ich habe es Angst, dass wir uns nicht verlieren. Was ist das? Es ist das. Ich habe einen Blosser. Was ist das? Ich habe 한번inhaise, was du in deinem Wilhelm. Wo sind wir das? Wo sind wir das, was du? Drei! Ich bin einEP. Hier ist Omer. Versuch der Omer. Das war so viel Gitarren. Und das war die Vertreue. Ich bin so Fell aus. Ich bin so, die ich nicht mehr. Ich hab mich angegeben. Er ist eine Art Tochter. ich frage mich was er noch für eine mission für mich hat wahrscheinlich wieder so das hat er 10 zählisch wo muss ich jetzt meinen da unten würde sagen das machen wir als nächstes aber auch erst in der nächsten folge also wenn es euch gefallen hat lasst mir lag da kommentiert was ich verbessern kann abonniert mich damit ihr auf den restern bleibt bis dann haut rein